so soweit war ich nicht noch nie dass ich schon drohen hatte das ist mehr strom wollen wir noch machen aber dafür braucht er mir kaputt ja mal gucken ich muss ja da noch hin was müsste der hier eigentlich der steht doch steht auf unload ja phase viel ist schon so ein bisschen was brauchen wir alles teile ich glaube die können wir größtenteils noch nicht so batterien das kühlsystem weiß ich auch noch nicht hier magnetfeld generator haben wir noch kein rezept für montage leitsystem alter die haben wir ja die haben wir im computer haben lastig haben wir die platinen stellen wir noch nicht her und die kai begrenze stellen wir noch nicht her druck um was ist das ja aber auch keine rezept das wird noch ja hier haben wir das zeug das müsste dann einmal nichts laden das müsste dann einmal nichts laden und das gibt es auch noch mal wieder aber die kümmer abgebaut das machen wir doch das machen wir doch Kupferblech, Kupferblech, Kupferbleche und rein da, so wir haben keine andere Generatoren bauen. Strom? Ne, das ist bei Refiling Power ist das hier. Das sollten wir jetzt vielleicht auch mal ran machen, weil die produzieren dann doch ein bisschen mehr Strom, glaube ich. 300 Megawatt. Die machen 200 Megawatt, da brauchen wir aber 150. Da brauchen wir aber Kohlenstoff dazu. Na, vorstauern muss schon, aber wir haben es noch nicht. Kann ich die? Können wir einfach so machen. Dann ist das durch. So, jetzt haben wir den nur noch. Den können wir auch machen. Dann müssen wir hier weiter machen. Refiling Power im K4. Uh! Gucken wir mal, da können wir mit dem auch irgendwas machen. Ah ja, das ist durch die Mod aber. TASAN ZWEI. DASAN ZWEI. 500 Megawatt, alter. Da kommen wir noch nicht hin, weil wir die noch nicht haben. Also müsste man die Supercomputer als nächstes machen. Da brauchen wir KI-Begrenzer und diese Highspeed-Platinen da. Dann, ja dann, machen wir das noch. Das könnte man sogar schon erforschen. Das könnten wir sogar schon machen, siehst du? Aber wir müssen die erst mal herstellen. Die haben alle Raketenanträge. Das habe ich noch nicht. Atomkraft, da bin ich erst mal völlig raus. So weit war ich noch nie. Zu Aktuellen-Mainsteinen? Ne, das macht man dann vielleicht später. Ne. Äh? Moment. Atomkraft, genau. Bauern wir jetzt hin. Das ist kein Problem. Okay. Also, wir können hier noch nicht. Den will ich holen. Einstellt an Atomkraft. So, pass auf. Das ist voll. Das geht nicht voll. Der ist voll. Jetzt brauchen wir noch ein paar Kabel. Die stelle ich, glaube ich, noch nicht her. Äh. Ein paar Kabel. Das war jetzt ein bisschen viel. Okay. Oh. Dann haben wir den schon mal voll. Das brauchen wir nur noch die Dinger. Die Supercomputer. 1,8 pro Minute. Das ist aber... Ja. Das wird eine ganz schöne Produktion. Ne. Aber dafür brauchen wir erstmal... KI-Begrenzer und diese Highspeed-Anschlüsse. Oh. Ja. Das ist... Deswegen... Ich war ja noch nie so weit. Äh. So. Was habe ich jetzt hier? Ne. Ist mal nichts hier im Moment. Ne. Wir brauchen noch Kohle, dass man da hier diese... Korbundinger herstellen kann. Ich würde sagen, wir haben ja jetzt hier noch gepflegte Produktion offen. Produktion. Ne. Mal machen wir mal Wände. Ja. Die kommen sowieso dann einmal wieder weg. Hör mal. Ja. So. Keine Ahnung, wie lang das Gebäude wird. Ich weiß ja so ungefähr, wie breit wir das Ding machen. Wir können bis dahin gehen. Ah ja. Ich glaube, da kriegen wir wahrscheinlich... früher oder später... ein Problem. Okay. Kann ich mir gut vorstellen. Gucken wir jetzt die Wände hier stehen, wie der LKW sich da verhält. Äh. Wie weit ist denn das? Mal gucken, vielleicht reicht es ja. So. Customize. Genau. Weil in den Fabriken kommt dann so ein Boden rein. Okay. Okay. Ich gehe mal schwer davon aus, wenn wir jetzt anfangen, mit den Supercomputern und den ganzen bisschen zurück. Wäre mal wo überall die Produktionen mit hoch jubeln müssen. Wenn das nicht so ist, dann sollte ich mich aber schon ins Schwertäuschen. So. Supercomputer. Was brauchen wir denn zuerst? Okay. Meister. War noch gar nicht in der Wüste. War noch gar nicht in der Wüste. Hm. Es wäre natürlich auch zu überlegen, ja. Wollte ich ganz woanders das Zeug herstellen und das hier herbringen müsste. Supercomputer. Ohne müsste ich ja komplett neue Produktionen bauen. von... Von... Von Schrauben bis allem Möglichen. Die Schrauben können wir uns aus Stahl erziehen. Das ist hier kein Problem. Plastik. Müssen wir hinbringen. Was brauche ich für diese... Warte mal. Was brauche ich denn hier dafür? Ich brauche auch ein besseres Rezept dafür. Schnelleres zumindest. Das ist hier klar. Die kriegen wir aus Stahl viel besser. Und Plastik kriegen wir so hin. Okay. Hm. Ist auf Öl, oder? Ich hab... Irgendwann hab ich mal in der Wüste angefangen. Was müsste denn hier irgendwo sein, ne? Das kann ja dann eigentlich bloß hier irgendwo sein. oben rechts ein Wasserfall. Da. Oh je. Was ist was? Wir fahren da einfach mal hin. Wir fahren da einfach mal hin. Wir fahren da einfach mal hin. Aber ich muss ja auch zusehen, dass ich mal noch ein bisschen mehr Strom kriege. Der hat noch ein bisschen Sprit. Haben wir noch Sprit einstecken? Hm. Naja. Bisschen Munition haben wir noch. Davon haben wir noch welche. Warte mal. Ich glaub wir nehmen uns... Wir nehmen uns gleich noch ein bisschen... Auf Füter mit oder so. Können wir glaube ich auch per Hand craften, oder? Ich werd nicht raus. So. Das Füter haben wir ja hier. Wern wir noch ein bisschen Katharium einstecken? aber ich jetzt zufällig irgendwo mit hier wird filter so echt ich wollte eigentlich nur ausnehmen jetzt geht es wieder so was fehlt uns dann hat hier im katil musik katil im erzraum katil im hammer glaube ich genau da haben wir ein bisschen was kein platz im inventar ist mir schon klar so wie wir kriegen wir denn jetzt ja ich glaube nicht dass wir so viele brauchen aber wir nehmen sie mit keine ahnung wie hoch die stecken 50 ok das ist schön aber schnell so aber ich rausschmeißen ich glaube nicht so mit eurem fließbänder bauen viele ich meine komplett raus schon haben wir ein bisschen platz da oben wollen wir hin da fahren wir jetzt gleich hin aber ich glaube ich muss noch mal schnell ans telefon genau und dann fahren wir los